Das ist nicht Sonja Zbarski, er ist ein großer Fan von Sweet und deswegen seht er heute auch so aus. Sonja war im Jahr 1978, wie alt warst du, elf? Zehn Jahre, Mike. Zehn Jahre warst du. Zehn Jahre. Sonja ist heute so angezogen, wie sie sich vorstellt, dass man 1978 so angezogen ist. Was denn? Ich bin Nina Hagen, Alter. Ah, du bist Nina Hagen, Alter? Ja. Okay, sehr schön. Wir haben nachher noch genügend Zeit, über euch zu reden, mit euch zu reden. Wir werden uns Fotos von euch angucken, ihr werdet euch wundern, was alles passiert. Meine Damen und Herren, jetzt zeige ich Ihnen erst mal das Jahr 1978 in einer ganz, ganz kurzen Version. Haare? Was? Nicht ganz so. Hast du in München gelebt? Ich habe in München gelebt. Meine Eltern hatten einen Pudelsalon und ich war die Empfangsdame. Was hatten wir 15? Das ist wahr. Wir werden noch von dir zu mir bitten. Ganz schön weiter Weg von da unten. Es geht um folgendes. Es geht immer um 500 Mark. Ich wette, das weißt du nicht heißt das Spiel. Ich stelle eine Frage. Und wenn zum Beispiel Pierre glaubt, dass Sonja es nicht weiß, dann drückt er hier drauf. Drückt mal drauf. Psst. Ah! Hier 500 Mark. Oh. Wenn es nicht richtig beantwortet. Psst. Oh. Okay. Muss ich das jetzt wieder rein? Oh. Oh. Das geht alles automatisch. Fairlich. Also, wir fangen mal an. John Travolta als Tony Manero. Deswegen meine Frage. Welchen Beruf übt Tony Manero tagsüber aus? Friseur. Ist falsch. Weißt du es denn? Ist er Automechaniker? Er ist auch kein Automechaniker. Er ist auch kein Automechaniker. Er ist Verkäufer in einem Farbengeschäft. Oh. Wir gucken uns das mal an. Also 500 Mark für euch. Wie heißt das Lied zu folgendem Text? Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Ich wette, du weißt es nicht. Wer glaubt, dass der andere es nicht weiß? Moment. 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 Über sieben drücken ist richtig. Karat. Karat. Bei. Und dann wurde er auch bei uns. Na ja. Na ja. Sehr gut. Und zwar ist das der Kalor Waschboy. Und da können wir auch. Gibt kein warmes Wasser. Vielen. Bitte. Gerne. Am Stil. Das war damals eine Sensation. Zumindest für Johnny und Momo bei einer Prostituierten. Meine Frage lautet, aus welchem Grund suchen die drei Jungs nach diesem Besuch eine Apotheke auf? Weil. Weil. Äh. Antwort. Ich durfte das nicht hin. Sakrat. Käse. Oh, dieser Pilz, ja. Guck mal, ich hab hier einen Kick. Da wurde nachher nochmal gecheckt. Ja, genau. Zwischen den Feuerwehrmännern, da sitzen ja immer der Darm. Beim KG Heuschreck, den gibt's heute noch. Heuschreck? Ja. 1848 e.V. Ich bin großer Karnevalsjäg. So hab ich überhaupt. Welt. Narren. Halla. Also erstmal Pierre Lebarski, auch Mannschaft der kleinste war. Ja. Ja. Natürlich zwischendurch sehr. Nein. Nein. Haus ist so eine Reihenhaussiedlung. In wo? Wärmschutzwand wurde gebaut. Das war ein großes. Ja. 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 Ja, weil ich war wirklich mit dem Film, der hieß Gypsy. Das war das, den hab ich bestimmt. Aber durch die Wüste extra zu dem Mädchen wieder zurück. Und aha. Ja. Dürftet ihr auch länger aufbleiben? Ich durfte... Das Spookigste, wenn meine Mutter weg war und die gesagt hat, ihr dürft nicht mehr Fernsehen gucken. Wir haben aber dann noch Fernsehen geguckt und einer hat draußen geguckt, wann kommt die Mama. Dann sind wir ganz schnell ins Bett gegangen und sie wusste am... Alles in aller Ruhe. Auf, jeder hat 500 Mal. Sie hatten ja bei der Größe schon nicht so ein Glück. Natürlich. So weiter nach. Ihr könnt auch noch steigern. Toll. Genau. Richtig. Das Geld geht am Schluss an und... Schön. Ich muss erst mal warten, bis ihr die Brillen auf habt. Ich weiß nicht, wie das mit langen Haaren geht. Ist alles so dunkel. Hab ich noch nie gemacht. Man kennt denjenigen. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. So. Kennt man nicht? Hallo? Einfach Fragen. Bist du eine... Bist du aus dem Fernsehen bekannt? Das ist jetzt blöd, wenn man sagt, bist du alt? Bist du älter als 50? Du... Schauspielerin. Bekannt aus einem... Äh... Aus einem Film? Du... Blond. Möchtest du frei? Bist du lustig gewesen? Ich habe mich nämlich so verkleidet zu Karneval. Mit so einem schwarzen Horror-Gabi. Ich habe mich so verkleidet wie lustig. Ja. Das klingt ja doch noch ganz schnell hier. Toll. War ich zu Karneval? Zu Karneval? Ja. Horror-Gab. Auf die Tanzfläche zu kommen. Wir bauen uns auf. Und zwar genau dann, wenn die Bee Gees anfangen zu singen. Ich gebe euch den Einsatz. 3... 3... So, jetzt kommt der Kick. Kickrückfleisch. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... Wolle, Wolle, Hacke, 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 Spitze. Die Drehung von Anfang. 4... 8... 9... 10... Wolle, Wolle, Hacke, 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 Spitze. Und von vorne. Auf dem Teppich, ja? Schau wir mal. Mal gucken, wer gewinnt. Eigentlich nicht so viel. Wobei ich bam's dir dann in die Hüfte. Loudslam – Ich schlafe gerade! Loudslam – Ich schlafe einmal! Loudslam – Ich schlafe auch immer! Sehr gut! Sie hat sich echt über die Bühne geschnitten. 123 Zuschauer, 9202 Mark, 81 für jeden. Umgerechnet ungefähr 8.000. Großen Spaß gemacht. Auch wenn man dich nicht erkannt hat, siehst du das wie ein Popcorn. Wie Gott, danke schön für dich. Vielen Dank, Sonja. Das war's. Das war's.